Ja, mit Fahrrädern für Frauen ist es immer so eine Sache, denn Modelle gibt es da draußen inzwischen ja von vielen Herstellern doch einige. Oft ist es dann aber im Endeffekt so, es sind umlackierte Herrenmodelle vielleicht noch in einer anderen Rahmengröße oder mit einem speziellen Nattel oder vielleicht Griffen. Das war es dann aber. Dass das nicht immer so ist, sieht man an Marken wie Liv und einem Rad wie dem Emboldened E-Plus, das ich hier habe. Das schauen wir uns jetzt in dem Video genauer an und werfen aber gleichzeitig auch einen Blick auf das Schwestermodell für die Herren und zwar das Giant Stance E-Plus. Es sind beides echt spannende Räder, also wenn es euch interessiert, als SUV oder waschechtes Trail E-Mountainbike unbedingt dranbleiben. Ja, man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass Liv definitiv zu den Vorreitern im Bereich der Frauen Fahrräder, Mountainbike, Rennrad, E-Bike, E-Mountainbike und so weiter zählt. Aber obwohl man das echt schon lange macht, hat auch Liv immer noch mit den Vorurteilen zu kämpfen, dass die Räder letzten Endes nichts anderes sind, als einfach nur umgelabelte und umlackierte Herrenmodelle. Denn ich verrate euch wahrscheinlich nichts Neues. Liv ist eine Schwestermarke von Giant und die Modelle haben meistens eben eine Entsprechung in der Giant Produktpalette. Das heißt aber nicht, dass das hier nicht eigenständige Räder sind. Im Falle des Liv Embolden E-Plus ist das Schwestermodell das Stance E-Plus und die beiden Räder haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Einsatzbereich, Ausstattung, Federweg. Wir haben ein E-Mountainbike mit 120 mm Federweg hinten, 130 mm vorne, also so im Tour, Trail, Alltagsbereich zu Hause. Ich sage Alltag, denn wie ihr es hier seht, es gibt in beiden Produktpaletten ein Modell mit Vollausstattung. Da ist dann das Namenskürzel EX dahinter, das Embolden E-Plus-0 EX heißt das hier, glaube ich, das ihr hier seht. Das ist das Topmodell beim Stance, analog Stance E-Plus 0 EX. Genau, Vollausstattung heißt Schutzbleche aus Aluminium, Gepäckträger, Beleuchtungsanlage, Seitenständer, also voll alltagstauglich, kann man direkt loslegen. Und auch die Ausstattung gibt es entsprechend beim Stance E-Plus und beim Embolden E-Plus. Hier haben wir das Topmodell für 4.099 Euro. Wir haben einen Giant SyncDrive Sport Motor, der hat 70 Newtonmeter Drehmoment, 625 Wattstunden Akku im Unterrohr. Wir haben eine neue Bedieneinheit, eine Remote, die ist ein riesiger Schritt verglichen zum Vorgänger. Wir haben ein sehr schönes Farbdisplay. Darin integriert sind alle Buttons, die man für die Bedienung braucht. Ergonomisch durchaus gelungen. Also hier keinerlei Klagen, im Gegenteil, wie gesagt, Riesenfortschritt zum Vorgänger. Ausstattungspaket, sage ich, ist dem Preis- und Einsatzbereich angemessen. Wir haben hier natürlich jetzt keine Edelteile verbaut, kann man bei dem Preis auch nicht erwarten. Aber durchweg solide Komponenten. Wir haben zum Beispiel eine Shimano Deore Link Gleitschaltung. Das ist eine Zehnfachschaltung. Ja, ich weiß, zehn Gänge, es klingt so wenig. Aber die Bandbreite ist dennoch groß genug. Und Link Gleit, falls das euch nichts sagt. Das sind spezielle, besonders haltbare Schaltungen, die Shimano letztes Jahr vorgestellt hat. Besonders haltbare Kassette, besonders haltbare Kette. Nicht so anfällig für zum Beispiel, wenn sie nicht sauber eingestellt ist. Also letzten Endes für ein E-Bike, gerade so ein E-Bike, finde ich eine richtig, richtig gute Wahl. Fahrwerk, Sun-Tour, Luftfedergabel vorne, RockShox-Dämpfer, vier Kolbenbremden von Tektro vorne und hinten. Wie gesagt, das kann man eigentlich wirklich nicht viel meckern. Auch die Maxisbereifung vollkommen in Ordnung. Und wer es eben etwas sportlicher möchte, kriegt auch Ausstattungsvarianten ohne den ganzen Kladderadatsch dran, ohne Schutzbleche, ohne Seitenstände und so weiter und so fort. Und kann damit dann auch direkt auf dem Trail loslegen. Alles, was ich jetzt gesagt habe, gilt für das Emboldened E-Plus, das ihr hier seht, und das Stance E-Plus. Also, zurück zur Eingangsfrage, ist es denn wirklich genau das gleiche Rad? Und hier kommen wir jetzt zur großen Besonderheit, die mir auch wirklich besonders am Herzen liegt. Denn auch wenn die Räder sehr ähnlich sind, optisch fast gleich aussehen, bis auf die Farbe, wir haben hier einen komplett eigenen Rahmen. Konkret heißt das, die Geometrie ist ganz speziell auf die weibliche Anatomie, auf die Proportionen abgestimmt. Denn Frauen haben meistens einfach etwas längere Beine und einen kürzeren Oberkörper. Ich sage meistens, denn ich habe auch einen super kurzen Oberkörper. Insofern sollte ich vielleicht auch mal auf dem Lift fahren, aber das soll jetzt nicht Thema des Videos sein. Kürzere Oberkörper, das heißt, gerade die modernen E-Mountainbikes sind vorne ja super lang am Hauptrahmen. Und das führt dann dazu, dass man oft, wenn man einen kurzen Oberkörper hat und kürzere Arme so ein bisschen oder unangenehm gestreckt drauf sitzt. Deswegen haben wir am Lift M-Bolden verglichen mit dem Stance E-Plus ein kürzeres Oberrohr, einen kürzeren Reach generell. Wir haben einen höheren Stack hier vorne. Stack ist ja so die Aufbauhöhe vorne, das heißt, die Front kommt höher, der Rahmen ist etwas kürzer. Und wir haben auch einen steileren Lenkwinkel. All das führt dazu, dass wir hier eine deutlich aufrechtere Sitzposition haben bei gleichen Körperabmessungen. Und eine ähnliche Sitzposition für Leute, die eben einen kürzeren Oberkörper haben, kommt das entgegen. Die sitzen hier auf dem Lift dann eben so, wie jemand mit einem längeren Oberkörper auf dem Stance E-Plus sitzt. Und genau das ist doch eigentlich der Sinn und Zweck, wenn man ein spezielles Frauen-Fahrrad, Frauen-E-Bike, E-Mountain-E-Bike anbietet. Natürlich kriegen wir hier auch einen speziellen Frauensattel oder Griffe und so weiter und so fort, aber das reicht halt, finde ich, nicht wirklich. Insofern finde ich es super, dass Liv eben diesen Extraschritt und diesen Aufwand geht und sagt, wir machen einen eigenen Rahmen mit einer eigenen Geometrie. Und besonders schön, denn hier haben wir den gleichen Preispunkt wie bei den Herrenmodellen. Das erwähne ich so lobend dazu, denn, seien wir ehrlich, Liv wird wahrscheinlich nicht so viele Räder verkaufen wie Giant und normalerweise fließt sowas in die Kalkulation mit ein. Und so vernimmt man das bei Liv eben in Kauf, sagt aber, wir wollen nicht hier einen Frauenaufschlag draufhauen. Gleicher Preis, eigene Geometrie, angepasste Kontaktpunkte und insgesamt ein wirklich rundes Konzept, auch vom Rad her. Soviel also heute von mir, mal ein bisschen ein anderes Video. Zu einem Thema, das mir persönlich aber dann doch wirklich am Herzen liegt, denn das ist auch redaktionell für uns oft ein bisschen schwierig. Man kriegt dann ja doch immer wieder News und zu Frauen Fahrrädern, aber oft ist es dann doch so, ja, eine kleine Mogelpackung, weil bis auf Rahmenfarben, vielleicht Sattel, kürzerer Vorbau, wenn man Glück hat, ist es oft einfach nur nichts anderes als ein Herrenmodell. Und deswegen finde ich es besonders schön, dass das nicht immer so ist und dass ein Hersteller wie Liv wirklich auch eigene Rahmen für Frauen macht. Genau, soviel dazu. Lasst mich doch gerne mal wissen. Ich weiß aus unseren YouTube-Statistiken, die meisten jetzt auf der anderen Seite vom Bildschirm von euch sind wahrscheinlich Männer. Aber mich würde es trotzdem interessieren, was ihr davon haltet, gerade so spezielle Frauen, E-Bikes, Frauen, Fahrräder, das Imbolen E-Plus. Denkt ihr, die haben ihre Daseinsberechtigung? Sagt ihr, braucht es jetzt nicht wirklich? Könnt ihr gerne mal eure Frau oder Freundin fragen, was die davon hält? Schreibt es mir dann gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke fürs Zugucken. Macht's gut und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.